Ich fühle mich super. Ich habe jetzt meine Schauspieler und mein Team um mich und ich bin nicht mehr so einsam. Wir gehen gleich den Film gucken. Ich bin sau aufgeregt, aber wir wurden hier super aufgenommen und ich freue mich jetzt hier Premiere zu feiern. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich rede. Ich bin so aufgeregt, aber es wird super. Ich bin so aufgeregt, aber ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Das ist jetzt ganz enttäuschend, vor allem, weil ich das beantworte, jemand, der für das Fernsehen diese Frage stellt. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Das Kino ist voll von lauter Freunden und Familie und unserem wunderbaren Filmteam. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir den Film hier in München auf dem Filmfest zeigen dürfen, wo ich schon als kleiner Junge gerne hingegangen bin. Und es ist ein Traum, heute meinen eigenen Film hier vorstellen zu dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns danach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und klar, am Ende kann man sich dann nochmal auf ein musikalisches Highlighten finden.